Das ist Leechberg hier. Das muss aufgesehen werden. Guck mal, die Bäume hier so schön. Das ist aber klasse, die Bäume, ne? Die Rallye werde ich nochmal mitnehmen. Heute ist übrigens 3. April 2012. Die Schweizer. Der Rücker hier, das ist der See und auch links im Feld. Okay, jetzt starten wir hin. Da kommt zur Neu-Fuhrbahn, Schwarzer, hier ist der Rücker. Und hier das Neu-Fuhrbahn, wenn wir noch mal die Lieberbahn. Das ist ja richtig knapp umbauen. Ja. Motorrad fängt rechts um. Und wieder spicy day. Okay, tschüss.